hallo meine lieben leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part von let's play dead space willkommen zu einer weiteren lustigen runde hier in diesen gruseligen horror game im letzten part stehen geblieben jetzt machen wir natürlich weiter und ich habe immer noch angst ich habe immer angst ich werde auch immer angst haben ja ich glaube jedes mal dieselbe scheiße es tut mir leid ich habe ich weiß nicht was ich andere sagen soll außer dass ich angst habe das steroiden abwehrsystem ist online genug energie aber die zielerfassung der kanon ist offline liegt sich an einem kabel bis ich das ersetzt habe müssen sie die kanone bedienen und manuell zählen nehmen sie den aufzug nach oben und gehen sie zum kanonenschacht ja gut ich hoffe ich bereue es nicht obwohl ich will es eh bereuen weil egal was man in diesem spiel macht es kommt immer in etwas gruseliges herbei der raum sieht hier sieht aber nicht so gesund aus ne wenn ich das mal so anmerken darf da habe ich noch ein bisschen was wo muss ich lange ich muss hier geradeaus lang kommen wir hier auch lang ja hier kann man auch lang weil das ein wunderschöner raum ist für munition und all möglichen scheiß also das ist ja etwas das mich sehr freut auch wenn ich irgendwie nichts mehr tragen kann weil alles immer voll ist bei mir aber naja hauptsache man hat irgendetwas ne warte mal ich guck mal ich gucke mal ne das ist die karte ne das ist die karte nein falsch ähm genau äh was ist das brennstoff 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 scheiße halt ne äh ach komm weg damit äh achso okay das hatte ich ja gerade das gefällt mir schon viel viel besser das gefällt mir viel viel mehr also tschüss ähm weiter geht's äh mein Gott man kriegt hier immer immer Angst ey ich hab immer Gänsehaut bei diesem Spiel ohne Witz kann ich nicht gerne sagen also ich hab wirklich immer Gänsehaut ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße nun muss ich lang da muss ich lang voran das geht's auch nicht Worte Sie müssen über das Schiffsäußere um zur AAS-Kanone zu kommen das Problem ist nur dass wir von Asteroiden bombardiert werden Sehen sie sich nach Deckung rum bevor sie in Stücke gerissen werden okay heilige Scheiße ich hoffe ich ich hoffe ich überlebe das das wäre sonst echt scheiße oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ein tritt wakuum ein tritt schwere losigkeit achtung mehrere einschläge an der steuerbordhöhle registriert was ich hoffe ich überlebe das ey okay oh scheiße okay das war ja mal mega scheiße oh wie gut das hier ein Kontrollpunkt war ein tritt wakuum ein tritt schwerelosigkeit Achtung mehrere einschläge an der steuerbordhöhle registriert okay hier müssen hier muss man echt aufpassen also wie soll man das denn überleben oh 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 ach komm schon komm schon Isaac das schaffst du das schaffst du nein ich sollte einfach mal warten scheiße scheiße ey das ist ja mal echt scheiße ein tritt wakuum ein tritt schwerelosigkeit ein tritt schwerelosigkeit Achtung mehrere einschläge an der steuerbordhöhle registriert wow ach lieber Chris pass doch mal auf was du hier machst bevor du den lieben armen Isaac schon wieder in stücke zerfetzen lässt so warten ist viel sicherer nein 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 äh äh Alter wie brutal äh das ist doch echt zum kotzen gerade tut mir leid aber ich weiß auch ehrlich nicht wie man das so schaffen soll Das ist echt scheiße. Entritt Schwerelosigkeit. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhöhle registriert. Okay, jetzt Konzentration. Konzentration. Komm schon, wenigstens bis zum nächsten. Das wirst du wohl schaffen, Isaac. Guck, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Rest überleben. Scheiße. Oh, kacke. Das geht doch nicht gut. Wie schnell muss man da denn bitte sein? Alter. Leute. Ich bin verwirrt. 70 Sekunden ist das nicht ein bisschen... ...zu wenig? Scheiße. Da kann man nicht viel machen, oder? Was ist das? Luftkanister. Ja, hätte ich vielleicht mal ein... ...hätte ich vielleicht mal einsammeln sollen. Vielleicht... ... ... Vielleicht ist das mal eine gute Idee. Wie, ich kann den nicht benutzen. Ich hoffe es aber mal, dass ich den benutzen kann. Warte mal, was steht da überhaupt? Mitte großer Luftkanister, die die Luftanzeige wieder aufhüllt. Ah, das ist sehr schön. Ja, das könnte man sehr gut gebrauchen. Das könnte man sehr gut gebrauchen. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Okay, diesmal sollten wir das eigentlich schaffen. Diesmal sollten wir das hinbekommen. Äh, äh. Komm schon, Isaac. Heilige Scheiße. So. Schon viel, viel besser. Ich wusste es. Lieber abwarten. So, und jetzt können wir weiter. Wir haben es geschafft. Ach, meine Güte. Meine Güte, und ich dachte schon, ich... ...ich dachte schon, ich komme hier nie weg. Hey, chill. Kannst du schließen? Ende des Vakuums. Danke. Nein, ich wollte jetzt... Ach, ich wollte das andere aufheben. Nein! Ich möchte das hier aufheben. Danke. Danke. Danke, das wollte ich nur aufheben, ja? Und das hier erstmal kaputt machen. Äh, kann ich aber nicht einsammeln. Ist nicht mein Problem. Schade. Okay. Jetzt können wir erstmal speichern. Speichern ist... ...das Schönste überhaupt. Ach, ja. Äh, warte mal. Ähm. 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 Ja. Alles klar. Okay, dann... ...machen wir das mal. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger. Sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Geht ein Massenbeschleuniger mit dem purposely beworfen. Githaus didn't care. Scheiß. ula額 Jingle savoir Hat dann! Ja! Kann nicht gonna solo Hermann announcements dass Leute ausger Garden O이스 Hey! Shh! Hey! 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 R�� ... Höhlenintegrität bei unter 50 Prozent. GPT Alter, was soll ich denn machen? Nur noch eine Minute, dann solltet es wieder funktionieren. Heilige Scheiße. Okay. Äh, wie kacke war das denn? Sorry, dass ich so still war, aber da muss man sich anscheinend echt konzentrieren. Ich, äh, alter. Diese Steine sind ja mega kacke da. Okay. Auf einen neuen Versuch. Genau, Herr Zeck, Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Richtung Höhenintegrität bei unter 50%. Nur noch 1 Minute, das wird jetzt wieder funktionieren. Ich habe das Ding gleich repariert, nur noch 1 Moment. Untertitelung. BR 2018 Okay, das ist mal richtig kacke. Mein Gott, komm schon. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Achtung, Innenentiküte bei 150 Prozent. Achtung, Innenentiküte ist kritisch. Nee, ey, wie kacke ist das? Wie kacke. Also das, das, das finde ich richtig scheiße. Ohne Witz, weil ich habe echt keinen Plan, wie man das schaffen soll. Also ich kann nur mal schaffen, aber. Genau, Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind Sie tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ach so, ich bin hier. Jetzt zie ich wieder. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so gut wie viel. Ich kann mich nicht mehr als ein B Changsonsen haben. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr sagen. Achtung, Hillenintegrität bei unter 50%. Nur noch eine Minute, dann wird es wieder funktionieren. Achtung, Hillenintegrität kritisch. Oh mein Gott, ey, das ist echt kacke, ohne Witz, tut mir leid, Leute, tut mir leid, aber irgendwie, boah, wie scheiße, Mann, Leute, der Part ist aber auch vorbei, tut mir leid, ich war ja auch nicht jetzt viel zu kommentieren, tut mir leid, dass ich auch für die restliche Zeit still war, aber da muss man sich echt konzentrieren, oh mein Gott, im nächsten Part geht es weiter, ich hoffe, dieser Part hat euch trotzdem gefallen, ich hoffe, wir schaffen das im nächsten Part, ich werde mal mich informieren, wie das geht, wie die anderen das geschafft haben, weil, oh mein Gott, wie, ich meine, wie kacke, äh, ach, also, wie, äh, wie gesagt, in die, ich, in Ballerspiele bin ich jetzt nicht unbedingt der Beste darin, vor allem, wenn man so richtig genau ziehen muss und dann, äh, alles so schnell an einem vorbeigeht und so, ach, das ist ja mal echt mein, das ist, das ist doch mein Hobby, ey, äh, ja, Leute, ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und den nächsten Part geht es trotzdem weiter mit Let's Play Dead Space, bis zum nächsten Mal und tschau, oh, oh, sorry, äh, bis zum nächsten Mal und tschau!